hey willkommen zurück zu draconius go heute werden wir durch ein portal gehen in eine andere dimension wir werden die drachen mutter besuchen und am ende der folge noch eine evolutionsorgie machen wenn wir wollen ja unbedingt level 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 leute bisschen eierbrot ist auch dabei damit haben wir schauen mal ins video was habe ich denn so aufgenommen ab geht die party was macht man am ort man sammelt erstmals seine arena können sein ich besitze die arena noch immer von der ersten folge nie wird hat es mir geklaut warum ja ich bin noch nicht viele das ist positiv zu sagen das ist positiv noch kann man easy rennen behalten bibliotheken behalten man kann alles noch sehr leicht machen und da mich einfach ein monster angriff direkt früh am morgen wie es um 6 30 greift mich einfach mal eine hydra aber wir haben das schildkröten paul und wir haben die schildkröten power und werden sie natürlich hart geben die mitte hätte ich übrigens auch gerne ich bin mir gerade nicht sicher dass die zweite stufe wir haben letztens eine kleine hydra gefunden am sony wirst du noch da kann man die drei köpfe aus dem ei raus ich glaube es ist die zweite stufe wenn wir interessieren dass auch eine dritte stufe hatten müssen wir mal nach zehn bis dahin der kampf war ganz ok sie war feuer ich bin wasser also habe ich großen großen vorteil gehabt wenn auch der ultime brav ausgeglichen hat das gute man kann der ulti ja wenn man früh genug drückt nicht so ich gerade kann man der ulti super ausweichen denn sie wird immer auf den einen fleck nur am geschossen und sehr schön damit sie besiegt mitten am morgen haben zwei ruhen und bekommen damit zu zaubern das werden uns auch bald mal ansehen dass zaubern und da waren früh morgen und da da habe ich einfach mal das portal gefunden beim kaffee holen früh am morgen habe ich ein portal gefunden bin mal reingegangen und so beim wir sind in der verwerfung am direkt neue füllsäulen bekommen sehr schön und neue monster leute in den verwerfungen in den anderen dimensionen in der anderen welt wie man es nennen will sind einfach mal andere monster das ist mega nice leute es ist auf einen gewissen radius beschränkt das heute karte wahrscheinlich gerade gesehen es ist ein roter riesiger kreis darin spawnen eben die neuen monster die es nur hier gibt darin sind neue füllsäulen und darin ist die drachen mutter damals ein kleines süßes neues monster hinzugefügt sehr schön das sind auch in der mitte das hat so einen violetten kristall das ist kein wasser kein feuer sondern es ist ein dunkler kristall wahrscheinlich nach zwei entwicklungsstufen sehr schön der kreis da sind ganz viele stops drin also ganz viele füllsäulen und da hinten ist die drachen mutter seht ihr schon im hintergrund die werden wir nachher besuchen gehen natürlich denn die muss für uns eier brüten da sind in der nähe das ist alles neu ich habe davon gar nichts ich hatte davon nichts ich war noch nie in einem portal das was ganz neues für mich ich war ein bisschen aufgeregt und ja habe gleich mal direkt man muss ja ich habe noch einen drachen sicht aus der truhe letztens das habe ich hier benutzt denn ich wollte die ganze zone hier sehen was gibt es hier so alles ihr wisst ihr ich habe leider nicht so viel zeit dass ich die ganzen tag rumlaufen möchte dafür das drachen sicht perfekt dafür ist einfach perfekt damals schon das nächste was übrigens sehr cool aussieht wird das sehr gut gefallen mit den soll man sagen mit den riesigen augen und den haaren am kopf sozusagen für das mega leid sie haben sich schon mühe gegeben mit den monstern und für das für das früh am morgen leute sie bei uhr war da erst beim kaffee trinken in der hand bin ich rumgelaufen da versuche ich mal was zu fangen kann doch gerne in die kommentare schreiben wart ihr auch schon in einem portal hat es euch auch so überrascht für mich ich war schon ein bisschen so hören und es geht jetzt aber was ist das und ein neues monster sehr schön das zweite schon nice unser bis dahin füllt sich fühlt sich fühlt sich jemand meinte auch in den kommentaren es gibt ja im bestarium seht ihr wenn es bis dahin reingeht seht ihr grün hinterlegte monster blau hinterlegte monster und rot hinterlegte monster einer meinte letztens dass die rot hinterlegten vielleicht die seltenen sind kann auch seine kann auch sein weiß ich noch nicht kann ich noch nicht bestätigen ob das damit zu tun hat ich war ich werde es mal weiter im auge behalten und lass mich überraschen da man das nächste neue gefangenen easy so viel ep leute ich hätte das doppel ep item einsetzen sollen ja ich wollte sollte ich sollte möglichst schnell level dann wie gesagt ich habe leider nicht so viel zeit wie ihr zum rumlaufen ich muss ja ihr wisst ja ich mache noch viele andere videos und da haben ja was ganz cooles dann von dem bin ich ein großer fan von dem bin ich wirklich ein großer fan geworden vor allem an der weiterentwicklung dann das sieht mega cool aus der sollte auf jeden fall in meinem team kampf team dann sein das ist echt gut ist und damit die gefangen sehr schön nächster eintrag leute es geht ab wie schnell das geht bei einem nächster hallo guten tag sie dass wir so ein affäffchen ein fliegendes äffchen irgendwie mega nice habe gerade ein bisschen rum wenn ich will sie nicht verlassen dass man kann sie jederzeit verlassen man kann jederzeit hier rausgehen ihr müsst da drin nicht bleiben denn außerhalb von der song sport nichts nur in diesem großen roten kreis sparen monster sind füllsäulen und die drachen mutter eben und draußen sport nicht seit gesehen kurz ein kleiner rahmen außen ist noch also die soll jetzt nicht beim weißen strich abgeschnitten und tot sondern auch ein bisschen hinterm weißen strich ist noch ein bisschen normale somit füllsäulen und monstern wo gerade die kiste gesehen habt und dabei das nächste mal was ich übrigens auch sehr cool finde was von der vogelscheuche mega nice ja er ist cool in zwei hirnchen mega 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 nicht coole vogelscheuche stachel rücken ja das cool dass die weiterentwicklung fand ich jetzt nicht so cool aber der ist gut und dass er mir sagen level 11 geworden sehr schön leute es geht bergauf es geht bergauf ein bisschen abgecheckt was ja also rumläuft dahin ist die kiste aber da habe ich noch ein neues monster gesehen zuerst haben sie aus wie eine ananas es sieht einfach aus wie eine ananas und wie man an der kleidung von dem monster erkennt es ist die weiterentwicklung von der vogelscheuche von gerade eben bei das treffen es treffen manchmal vor allem wenn ihr eine kaffee in der hand hat es ist nicht so einfach dass ich bälle verwerfen aber ja es ist alles übungssache wie gesagt ist alles nur übungssache mit den bällen werfen wie am anfang pokémon gewöhnt man sich auch hier daran und da haben wir es sehr schön das nächste ins pistarium alter es geht ab wenn mit diesen mit diesen normalen monstern hier geht es ja ziemlich schnell erfüllt jahren bis dahin um echt schnell aber es gibt so seltene die so viele süßigkeiten brauchen sie weiter zu entwickeln da wird hat da jetzt hat sie sie noch bei ananas sind sehr sehr viele monster ich habe die alle gefangen übrigens hier einfach alle gefangen ich habe alle gefangen natürlich nicht alle im video jetzt habe nur passendern noch gefangen für euch muss sagen die die monster aus den eiern wenn er schon langsam richtig richtig stark also das hat anscheinend auch mit dem level zu tun ist ja in pokémon go zum beispiel ist das eier level die monster die aus den eiern schlüpfen begrenzt auf level 20 ich weiß nicht ob sie genau so ist sie haben schon ein bisschen was muss man schon sagen vom pokémon übernommen pokémon hat auch kein patent darauf also sie können es sollte nicht so gleich sein wie es ist aber ja da kann man jetzt meckern und wie man will ich finde das spiel cool endlich mal was neues die haben sich neue gedanken gemacht sie haben nicht das spiel jetzt 1 zu 1 kopiert und da ist mein gps abgekackt das ist mir leider auch passiert bei der arbeit liegt aber daran dass ich da nicht so guten empfang habe und da haben wir was neues das fand ich cool sehr das riesen ding an ich glaube das hatte sogar vier entwicklungsstufen ich glaube das war das er weiß das erste mit vielen stufen ich war auf jeden fall gehypt leute erstens neues monster und zweitens krasse viele entwicklungsstufen ich sofort so was es gibt hier vier oder was wir noch gedacht haben habe es kann sein ich kann es nur im pokémon vergeben sorry es kann sein dass im pokémon oder so ist dass es zwei verschiedene wege gibt es zu entwickeln ich kann es mir aber auch sehr gut vorstellen und dass man es einfach war ein wirklich der 13 14 15 16 das ist es sind vier entwicklungen leute das ist mega neus aber ich schon sehr gehypt drauf nur erst mal muss ich genug von diesen monstern bekommen das wird ein bisschen schwer denn ihr müsst erst einmal die portale finden und dann darauf hoffen dass das monstern ich war sehr lange in diesem portal und das war das einzige dass ich den ganzen tag gefunden habe also es scheint selten zu sein beziehungsweise bei mir in diesem portal wo ich war war es verdammt selten aber noch mit ruhe gefunden sehr schön sehr schön mit der mit zwei runen wie gesagt zaubern werden wir auch bald ich kann leider nicht so extrem regelmäßig videos machen wird wie gesagt ich muss dafür rausgehen und ich habe auch sehr viele andere videos noch zu machen leider da haben wir ein genie gefangen den finde ich eben richtig 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 geil den will ich auf jeden fall entwickeln aus einem starken fliegenden äffchen will ich mir den auf jeden fall basteln dass mich die dritte entwicklungsstufe sehen wir gleich der ist cool er ist einfach cool ich mag ihn da gefällt mir wirklich sehr der genie da gefällt mir wirklich wirklich gut denn will ich mir auf jeden fall selbst entwickeln bb 10 ist natürlich das schwächste anscheinend sehr aus diesem fliegenden raffen wird dann der genie das finde ich richtig cool und da habe ich die brut mutter entdeckt die drachen mutter da muss man hingehen und die antiken eier ausbrüten zu lassen oder gleich mal hin spazieren bin schon am weg wir sind dann 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 und dann sich gewackelt da habe ich ein bug entdeckt also ich packen ein reiner jetzt müsst ihr fünf stunden real time also wirklich echte fünf stunden müsst ihr jetzt warten bis das ei ausgebrüht was ich aber nicht verstehe da unten sind drei plätze und ich habe verzweifelt versucht ihr seht weitere plätze hinzuzufügen und er schreibt mir einfach nur kein gegner für das duell der maria gefunden das verstehe ich nicht so wirklich falls jemand das checkt ob das jetzt ein bug ist oder nichts also ich dachte mir das ist ein bug punkt ich dachte ist ein bug weil das in drei plätze und ich kann nur ein einsetzen warum sollte das so sein habt ihr diesen fehler auch oder wie ist die über den löst und da ist normales eigenschlüpft beim rumlaufen sehr schön was bekommen wir diesmal aus den eiern kann man bis jetzt immer nur coole sachen eine kaufel klappe würde ich mal sagen erste entwicklungsstufe anscheinend meiner hat direkt 200 wp was jetzt für mein level nicht so schlecht ist auf stufe 1 das ist stufe 1 da ist nur zwei entwicklungen sehr schön sehr schön da freue mich auch schon sehr auf die endstufe ich habe mich ja nichts bei lassen ich kenne nur meine monster ich habe mir keine videos angesehen keine screenshots nichts ich kenne nur meine monstern wie seht ihr könnt inventar abchecken dass euer ei zurzeit gebrühtet wird was ihr nicht machen dürft ihr dürft und daher habe ich kurz einen anderen gebäude es ist hier nichts nur in eurer verwerfung nur wo ihr seid sind monster und da schlüpft das ei der drachen mutter mega leise mega leise fünf stunden real teilen sind ja es ist nach 13 uhr da haben wir eine mit schar noch was dazu brownie mal süß eins noch dazu zur drachen mutter ihr müsst ja hingehen und das ei abgeben das ist fix aber ich dachte ja dann okay es ist 13 durch geht es hin und holt mein ei wieder ab ne müsst ihr nicht das ei schlüpft bei euch wir müssten nicht noch mal hingehen das ei abholen das ist ganz wichtig da war zum ersten mal ein beutel voll da war zum ersten mal ein beutel voll erst mal schön sachen wegwerfen ganzen heiltränke spämen einen den imitag komplett zu das ist wie ja wie im pokémon das band einen den imitag zu schnell meine viel sollen trennen da wollte ich mich die dimension die verwerfung die andere welt verlassen aber erst mal schön lud natürlich weil diese füllsäulen wie ihr seht gleich die sind nur hier die sind nur in dieser verwerbung jetzt gehen wir raus laden laden und alles ist wieder wie vor die füllsäulen sind weg also das ist wirklich eine komplett eigene welt ihr könnt natürlich sofort wieder reingehen solange das portal ist könnt ihr jetzt immer betreten verlassen betreten verlassen betreten verlassen aber da wie es da steht das ei bei der drachen mutter abgeben ist an die aber ihr dürft dabei die verwerfung nicht verlassen ihr müsst fünf stunden bei dem ei zum beispiel in diesem portal in dieser verwerfung drin bleiben oder hat mich ein monster eingriffen was ist denn das bitte also ich drin bleiben in der verwerfung nicht rausgeht sonst brüte die drachen mutter und dass sie das in kleiner gnome irgendwie damit habe ich übrigens mein seh das 222 marit habe ich da benutzt gerade das will ich unbedingt weiterentwickeln zum genie dazu muss ich aber noch mal in einem portal und möglichst viele von diesen äffchen gefangen muss sagen der gegner hatte zwar fast doppelt so viel cp wie wir aber der erscheint echt eine schlechte verteidigung das seht ihr auch bei euren monstern im inventar links ist die attack rechts ist die verteidigung und der muss eine wirklich sehr schlechte verteidigung haben oder ich habe sehr viel attack kann ich jetzt so nicht sagen wenn wir mega ist besiegt wieder xp bekommen wieder essenzen wieder runen sehr schön sehr schön diese random angriff und es war schon da ein anderer tag wieder da habe ich wieder eingesammelt durch die arena münzen meine märkte steht noch immer in der arena und er habe ich erst rausgefunden dass es bessere bälle gibt leute wie letztes gesagt es gibt bessere bälle nicht nur die einfachen bilder sondern wie höhere im level steigt bekommt ihr auch bessere bälle und dann die doppelte erfahrung gibt es auch noch hier natürlich da 30 minuten lang doppelte erfahrung das werden wir jetzt mal verwenden denn wir wollen eine evo gemacht und möglichst schnell hoch level also ich entwickle jetzt alles was ich habe ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten setzt dabei natürlich pheromone ein denn ich so kann ich auch zwischendurch monster fangen während ich entwickeln ein bisschen zusammengeschnitten mal einige monster jetzt entwickeln also wie standard sagen so wie ihr müsst euch das jetzt vorstellen ich habe ich jetzt das habe ich jetzt so gemacht wie bei pokémon zum beispiel ich habe taubes entwickelt ratzfratz entwickelt und so weiter also alles was nicht nid und nagelfest war habe ich entwickelt es schon süß ist schon süß wie sich in der ohr kratzt ist schon süß da ist glaube ich ja genau 2100 1800 1800 ep haben wir jetzt entwickeln wir zum beispiel hier die wasser melone ich wollte mich abstecken wie viel ep das wirklich gibt das war mir ganz wichtig zu sehen wie viel ep gibt es mit den doppelten ep item wenn man etwas entwickelt dass man schon hat das ist abgecheckt also 1800 hatten wir jetzt haben eine neue banane und jetzt haben wir 2008 also es gibt genau 1000 ep mit doppelten erfahrungs also auch wie in pokémon zum beispiel habe ich habe ich alles entwickelt was nicht nid und nagelfest war ich wollte einfach alles schnell mal entwickeln eine kleine evo orgie kennt ihr bestimmt also wirklich leute spart euch die monster macht das so wie ich gerade zum beispiel einfach mit dem kostenlosen das war kostenlos dass das doppelte erfahrungsitem das habe ich durch level ups bekommen also einfach mit den kostenlosen erfahrungsitem benutzt es dann wenn ihr genug monster gesammelt habt und entwickelt dann alles erst vor allem wenn ihr ein monster entwickelt dass ihr noch nicht hatte bekommt ihr noch mal 1000 ep dazu also spart euch wirklich alle entwicklungen auf und nutzt dann das doppelte erfahrungsitem für eine riesige ewo orgie ihr habt dann 30 minuten zeit zum entwickeln das geht für einige monster sich locker aus also ich sparen 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 ihr seht ich habe mir einige wassermelonchen gefahren wie ihr letztes gesagt alles was ihr auf der map immer seht das fange ich auch ich fange das ja auch ich zeige euch die video weil es ist langweilig wenn jetzt 10 20 wassermelonen fange oder zehn frösche fange so wie ihn hier oder sowas das ist einfach langweilig aber das mache ich natürlich nebenbei sonst kann ich die alle nicht entwickeln ich bin schon fleißig am suchten aber ich habe gelesen ich hole dann einige von euch suchten noch mehr rein freut mich sehr dass euch das spiel gefällt und ja ich finde es auch gut ich finde es gut dass es alternativen gibt wieso sollte es nur ein einziges spiel geben das so ähnlich funktioniert wie pokémon go warum die haben kein markt kein recht der welt drauf zu alleine zu besitzen also kann man natürlich auch nur ein bisschen konkurrenz schaffen und da ist mein 222 hat das will ich auf jeden fall entwickeln aber ich habe zu wenig bonbons leider noch dafür nach die mumie die klein ohr vom anfang die anfangs bocker die anfangs entwicklung 2 pottys entwicklen ich mag den potty der sie wie süß man hat irgendwie bock darauf sein wirst du in darin zu grillen die kleinen ich bin schon so gespannt wenn ich meine seltenen monster entwickeln kann ich bin so gespannt was das werden sicher immer noch geile drachen das hat echt sicher geht ihr seht ihr auch übrigens an in meinem video habe ich links und rechts ein bild und links ist eine flera maus damit die ich auch nicht gern die drak cooler die habe ich noch nie gesehen leider da wisst ihr auch mit dem rauch zum beispiel lockt man täglich andere monster an also einmal ich habe den tag da kann man nur pflanzen pokémon pflanzen monster kann man pflanzen monster einen anderen tag kann man nur wasser monster also es stimmt wirklich dieser rauch beziehungsweise die pheromone locken jeden anderen an jedem wochentag etwas anderes an das ist mega weiß weil ich auch mal diese 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 folge entwickelt dieser ich will ja nicht nur alles fangen ich will auch selber alles entwicklen ist es so was macht spaß und um spaß geht es in diesen spielen wirklich und spaß geht es in draconius go wirklich und die nächste ananas wird erschaffen wie gesagt sind keine ewo am schluss hier ein bisschen chillig leute bisschen mit euch im schluss evo chill wir haben entwickelt wir haben die drachen mutter gefunden wir haben das portal entdeckt also wie gesagt wenn ihr das mit der drachen mutter anders sieht als ich ist das ein pack dass man nur ein ei reingeben darf und dass dann dieser komische text kommt wenn man auf die anderen zwei erdrückt oder ist das absicht so wie ist denn bei euch so schreibt schon bitte in den kommentar ist passiert mich sehr der drachen mutter das hat mich ein bisschen verwirrt schreibt schon mal gerne rein und entwickeln wir auch den kleinen tropfen da das kleine tropfe also ich habe echt alles entwickelt was ich gefunden habe außer die seltenen monstern wo ich jetzt weiß die will ich weiterentwickeln und so weiter und da fehlen mir noch süßigkeiten natürlich gelassen ich habe alles entwickelt wo ich finde das ist nicht so stark hier habe ich in zehn kilometer ich habe schon viel klo davon davon ja schon sehr drauf und da ist es wieder da haben wir sind wir durch leute wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein like da schreibt mir bitte gerne kommentare wie das bei euch mit den drachen müttern ist wie euch die portale gefallen können die macht gerne mal schreiben und da hinten oben seht ihr übrigens den zauber dings zauber schreiben da gehen wir auch noch hin natürlich wer hat er will nicht verpassen hat lasst gerne ein abo da schaut auch gerne eine anderen videos an das ist hier ist folge 3 übrigens also ich hätte auch folge 2 und folge 1 daran sind dann heute wir sehen uns beim nächsten mal viel spaß da draußen lasst euch nicht von unseren kleinen wassermelonen fressen viel spaß